so zu dem berg zu dem berg jetzt werde ich euch richtig bitterbös erschrecken deswegen haben wir jetzt auch standbildschirm nein ich habe standbildschirm ich habe das schläft sämtliche berg verstehst du nicht am signal gerade mit dem zusammengetragen und übereinander gestellt er hat die pausen so dieses massivs ein riesiges meer ein breites und tiefs und stürzte dann unter donnern und blitzen und sehe ich ne mausfall den sehe ich auch und das wird spritzen jetzt fahren wir wieder ja habt ihr es jetzt nicht gehört der berg ruft nein wir haben uns mit kai verstanden oder nein oder so ihr müsst auch labern auch einmal sämtliche wir labern doch die ganze Zeit nicht labern ach so und wäre zu Füßen dieses massivs ein riesiges Meer ein breites und tiefs und stürzte dann unter donnern und blitzen der berg in dieses Meer und es wird spritzen ich wird spritzen pfff hahahaha hahahaha okay hahahaha mhm mhm pfff 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 passende timing Narben zusammen Narben Jao wunderschön pfff pfff ein mhm pfff mhm pfff pfff jao pfff pfff pf pff pfff ich kann aber auch mal pause ich mache den stream einfach lautlos aber ich glaube ich habe ich habe jetzt mal rausgenommen und dann meckert er nicht ich habe von dem tom eben auch noch einen geladen den güterbahnhof mit durchgangsgleis mit drei gleisen kann ich ihn bauen bei vier gleisen schützt das spiel ab und sagt mir nicht alle stationen sind verbunden dresdner neustadt der standard also den büterbahnhof ohne mittelweg heißt er glaube ich oder ohne mittelsteig das ist quasi so ein durchgangsbahnhof für güter mit drei gleisen wunderbar da kann ich in allen längen bauen sobald ich viergleiche oder mehr auswähle schützt es ab und der einzige kommentar bei steam von 9 stunden ist wie du bist seit neun stunden seit neun oder sechs monaten der erste also so ein bisschen ich denke mal das hat irgendwas mit dem update zu tun mit dem usability patch ja genau kann kann möglich sein wir hatten ja auch probleme mit der spitzkehre die habe ich auch noch nie eingesetzt ich habe ich noch nicht einmal in meinem mod file dran und warum kann man bei save games eigentlich nachträglich modz ins hof ja das geht ok über bei nicht also du darfst nicht auf fortsetzen klicken du musst dann auf spiel laden und dann gibt es so über deine modliste rechts kleines plus zeichen dass man gerne leicht übersieht und dann kannst du deine mods reinladen ok dann habe ich doch keine halluzination gehabt eben gedacht ich hätte ein plus zeichen neu entdeckt weil das erste mal mit mods gespielt und irgendwie ist halt die auflistung und rechts daneben ist irgend so ein zeichen gewesen genau so auf was wartet der schön wetter muss die save games end der steinzubringer hallo der steinzubringer braucht schon fahrzeugersatz ist ja schon so alt wieder 40 jahre gigantisch das muss ich bloß noch wissen welche welche fahrzeuge ich da hatte baurei 218 das war eine diesel apropos diesel sich 218 habe ich vorher übersehen ja habe ich da eine andere farbe gegeben ja also das kamin holt ja also das oberste rot ja du kannst aber auch grün nehmen das oberste grün ist es auch schön nein will ich jetzt nicht das war aber mein zug selbstentladewagen fcs 092 db boah boah anderes logo was haben wir da das ist mir auch jetzt bewusst aber ich meinte den die 15 wagons was ich da für 15 wagons habe das sind die beiden ja können wir jetzt auch aber moderne noch reinsetzen 8 15 23 geteilt durch 3 7 auf jeden fall ja um 7 von denen dann 8 und 8 7 oder 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 39 schmetter ja dann bitte ersetzen ich habe nur andere fahrzeuge die ersetzt werden müssen das weiß ich jetzt schon und das schauen wir uns jetzt an einsteinzubringer nach dem alter sortieren 83 jahre der mediliner die musik die musik einzeln ersetzen wo ist eigentlich die vectronin das ist jetzt mal die frage ich habe die eigentlich schon in der liste schon lange nicht mehr gesehen oder übersehen halt ja ja die 12 16 wird er da würde er auch noch richtig schön raus kommen passt sie dann zu der vectron ja ist glaube ich glaube auch eine vectron oder die 12 16 oder ne taurus nein ist auf jeden fall keine vectron so das da vier erste passagier 1 2 3 4 1 2 2 3 4 und den 2 4 dann wird dieser hier sofort ersetzen ja diese hier werden wir nicht sofort ersetzen dann werden wir erst mal die lockt noch mal tauschen das ist richtige vom slammert verschwinde das ist mein essen meine plätze mensch karl jedes mal wenn ich im reihe fliehen will musst du mir auf den sack gehen okay und dann die hier sind ja zum glück bloß drei aber es ist sehr viel arbeit big mac ev big mac welcher mod ist das was denn das ist ja Ja, der den Fehler anbringt. So, ich empfehle ich, dass du zu spielst? Ja, ich suche den Fehler, weil irgendwie ein Mod-Problem ist. Ohne Mod funktioniert der Flughafen. K.C. Stonehatch. K.C. Stonehatch. K.C. Stonehatch. K.C. Stonehenge. K.C. Stonehatch. K.C. Stonehatch. K.C. Stonehatch. ja ja das ist das jetzt doch ein bisschen machen das so es ist das jetzt doch ein bisschen